Jörg Bunert und Achim Winkler, wir sind hier im Zoo Duisburg und es gibt, sag mal, Erfreuliches zu berichten. Der Stadtsportbund hat wieder den Zoolauf veranstaltet mit Jörg Bunert als Organisator und dabei ist wieder Erfreuliches rausgekommen, Jörg Bunert. Ja, wir konnten insgesamt einen Scheck über 11.000 Euro übergeben an den Winkler vom Zoo Duisburg und freuen uns, dass es auch wieder mehr geworden ist als in den vergangenen Jahren. Diese Summe rekrutiert sich nicht nur aus dem Zoolauf, sondern auch aus dem Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg und ja, das ist unser Obolus und unser Support für den Zoo Duisburg. Und Herr Winkler, der Zoo kann das Geld gut gebrauchen, was machen Sie damit? Ja, wir freuen uns erstmal und sagen herzlichen Dank an Jörg Bunert, an den Stadtsportbund für diese Unterstützung. 11.000 Euro ist für uns eine stadtliche Summe Geld und wir werden gut investieren können, genau in diesem Komplex, in dem wir uns gerade befinden. Am Übergang sind wir hier vom Bereich Tropen, Malerie und Ego in unser alt Airways Aquarium und gerade letzteres hat es bitter nötig, da ein wenig zu tüchtigen, dieses ein wenig zu modernisieren, zu verschönern und da werden wir die 11.000 Euro gut gebrauchen, um eine der dortigen Aquarien dann auf den modernsten Stand bringen zu können. Und ich habe gerade gehört, der nächste Zoolauf ist schon wieder terminiert, nächstes Jahr geht es weiter? Ja, das weiß ich diesmal zum Glück früh genug, da kann ich nämlich früh genug mit dem Trainieren auch beginnen, weil es in diesem Jahr etwas sehr knapp abgelaufen ist, wo ich zumindest als Mitläufer dann noch Aquar beschwitzen muss. Aber ich meine, für so einen Profi ist das ja eigentlich überhaupt kein Thema, oder? Kein Thema, wobei man muss es wissen, der Zoo liegt am Kaiserberg und der Kaiserberg, wie das Name schon sagt, ist recht högelig. Und also die Strecke ist recht anspruchsvoll, aber sehr interessant, wie viele Tiere annehmen und vorbeikommen. Und der Zoolauf ist sehr begehrt, die Startplätze sind sehr begehrt. Im nächsten Jahr ist der 28. Juni ein Freitag, der Termin des Zoolaufs 2013. Ab wann kann man sich anmelden? Ich denke, innerhalb der nächsten vier Wochen wird die Anmeldung freigeschaltet. Weil wenn die Plätze knapp sind, dann sollten die Leute das ja in dem Moment früh genug möglich machen können. Dann bedanke ich mich bei beiden und wünsche weiterhin viel Erfolg. Wir sagen danke.